Es ist soweit, meine lieben Freunde, Weltnummer 4! Und wir starten natürlich sofort mit Hangelei an Wolli an! Oh, ich befürchte, das wird so ähnlich wie das Affen-Level aus Mon-G-Äh, 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 Yoshi's Island natürlich! Oh weh, das... Ja, mal gucken, wie das wird. Yoshi! Oh, ich befürchte, kann ich mich da einfach festhalten? Oh, aber das ist süß! Oh, schau mal, wie der Yoshi guckt! Oh, aber das sind wirklich die Affen, als hätt' ich's nicht gewusst! Als hätt' ich's nicht gewusst, diese Assis, ey! Als hätt' ich's nicht gewusst, dass diese Kack-Affen kommen! Sie haben ihr Return! Und ich weiß jetzt schon, dass gerade... Natürlich, und sie werfen immer noch wie Bomben, mit Bomben wie früher! Ich weiß jetzt schon, dass sie in Welt... 4S eine Rolle spielen werden! Das weiß ich doch jetzt schon, ohne es gespielt zu haben! Diese Kack-Assis, ey! Was, wollen wir wetten, dass hier irgendwie noch was ist? Warum wusste ich's? Warum wusste ich's? Weil wir's können! Richtig! Das sind aber auch echt Kack-Affen! Ohne Witz ja mich... Damals mein halbes Leben gekostet in Yoshi's Island! Dieses Bonus-Level damals war auch schon... Der pure Hass! Oh, böse Erinnerungen, meine lieben Freunde! Der wirft hier echt mit Wollbomben, ey! Was'n Assi! Okay, und Röhre! Sag doch 4S! Nix mit Affen! Achso! Na gut! Und lass mal die Spoiler sein! Junge, ey! Alter! So! Dass wir hier natürlich eins von diesen Kollegen Wollteilen... Abso, da kommt da spawnen Affen raus! Hab ich das erlaubt? Ich denke nicht! Spar's dir gleich! Du hässlicher Affe! So, auch hier gleich mal nach oben gucken! Ja, das ist bisher alles recht übersichtlich, sag ich mal! Nicht weiter tragisch! Hab nur manchmal Angst, dass der Yoshi nicht festhält und abstürzt! Aber ich hoffe, das wird dem Yoshi nicht passieren! Ich werde den Yoshi mit meinem Leben schützen! Hau ab, Alter! Hier ein Abgrund! Verpiss dich aus meinem Leben, ey! There we go! Und ab nach oben! Oh, das wird... Böse! Das wird auch böse, sag ich euch! Bleib hier! Damit ich dich gleich verbannen kann! Ey, nichts kaputt machen hier! Wobei, vielleicht müssen... Muss das sogar sein? Keine Ahnung! Ich hab einfach mal Vertrauen, dass da nix ist! Und dass die einfach jetzt nur hier ihre Schnauze halten! Diese Assi-Affen! Ah, scheiße! Ich wollte gerade noch weg und dann... Konnte ich nichts mehr machen! Und was ist, wenn da doch was ist? Ich weiß es nicht! Was sag ich? Was sag ich, Mann? Sag ich doch! Guten Abend, Kid! An dieser Stelle! Ah, Mann ey! Ich wusste es! Diese Kack-Affen! Ja! Gib mir die Melone! Dann sieht die Welt gleich ganz anders aus! Boah, hoffe ich, dass ich instant alles finde! Ich möchte nichts noch mal machen mit den Affen! Bitte, 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 bitte! Halt! Gif! Was ist das hier für ein Duell? Oh, ich kann die damit nicht töten! Nee! Ah, der konnte ich auch damals nur betäuben, ne? Okay, er... Verpisst sich einfach aus dem Leben! Oh, ich traue der Scheiße hier auch nicht! Ruhig bleiben! So, verpisst dich! So, hier muss natürlich was sein! Ist ja wohl klar! Äh, okay! Scheiße! Oh, der kam da durch! Jetzt hab ich nicht gesehen! Genau! Geh mal raus! Energy! Das ist auch gut! Erwischt! Jetzt kriegen wir das Teil da oben noch, oder? Ja! Sehr schön! Ist dann noch ein Stempel! Nup! Aber es sieht... Es sieht gut aus! Es sieht bisher nicht schlecht aus! Ah, Energie haben wir eh voll, ne? Wow! Vorsicht, Vorsicht! Oh, die sind richtig assi! Die sind richtig assi! Gleich bitte alle weg! Die Frage ist, versteckt sich hier irgendwas? Was? Man weiß es halt nicht! Ich hoffe nicht! Ich hoffe nicht! Ich hoffe, dass die einfach nichts gemacht haben! Hier ist doch garantiert da oben, oder so! Nein! Nein! Ah! Affen Yoshi confirmed! Äh! Möglich! Oh! Warte mal! Warte mal! Scheiße! Oh! Oh! Aber ich brauche dasselbe die Melone für! Damit ich hier... Ach! Da wäre eine gewesen! Hab ich es jetzt erwischt? Ne! Okay! Alle Blumen! Das ist schon mal ein Anfang! Das ist schon mal gar nicht so schlecht! Uff! Ganz ruhig bleiben! Es sieht bisher echt nicht schlecht aus! Mann! Der Yoshi mit den dicken Backen! Ja! Bevor er geschossen hat! Sehr gut! Scheiße! Jetzt kann ich nicht mehr! Oh! Jetzt muss ich es... Gah! Oh! Sau nice! Gib! 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 Warte! 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 Scheiße! Ein Stempel wieder! Hier ist Ende! Scheiße! Wo ist hier noch einer? Bitte, bitte, bitte lass mich den noch finden! Ein Stempel! Dann muss ich die Welt nicht nochmal machen! Aber wo? Ah! Ich glaube hier ist nichts mehr! Fuck! Kann ich nochmal zurück theoretisch? Ne ne? Fuck man! Oh! Oh! Ein Stempel! Eine wahrscheinlich unsichtbare Blume doch wieder übersehen oder so! Super ärgerlich! Aber naja! Es ist halt... Es ist halt das gute alte Stempel Problem! Ich kann es nicht erinnern! Ach! Ärgert mich das! Diese eine scheiß Stempel Mann! Ah! Na gut! Aber an sich ging das Level ja eigentlich auch! An sich ging das ja eigentlich auch! Na gut! Ein Stempel! Wir werden noch einmal zurückkommen! Wir kriegen aber auf jeden Fall... Das ist kein Affen-Yoshi! Das ist ein Wald-Yoshi oder so! Dschungel-Yoshi! Na immerhin! Irgendwie sowas! Sag ich doch! Ah! Ah! Chris! Alles prima! Wir machen auch direkt weiter mit dem... Dschungel-Yoshi! Sind nämlich echt gut durchgekommen! Achteinhalb Minuten für ein Level! Für... Bis auf einen Stempel! Lucky two's im Loch! Ja! Leck mich am Arsch! Wo ist der Kotzeimer, Alter? Boah! Gott, ey! Oh je! Na gut! Lucky two's! Das bin ich kein Fan von! Ganz offen gestanden! Aber vielleicht hilft mir da die Dschungel-Yoshi! Das ist ein Scrolling-Level?! Nein! Nein! Das erste Scrolling-Level?! Halt's Maul! Was passiert hier denn, ey? Ach komm! Hör auf, man! Ein verficktes Scrolling-Level?! Oh nein! Oh nein! Achso! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Schießen! 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 Abschießen! 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 Okay, und neu starten! Oh nein! Alter! Scrolling-Level! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Warum?! Achso! Wir mussten ja hier ja schnell... Ei, 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 ei! Hahaha! Oh, das wird gar nix, ey! Das wird... Meine persönliche Hölle! Scrolling-Level, Alter! Wenigstens kann ich die Lucky-Tuss... Entfernen, sag ich mal! Oh nein! Das soll ich nicht machen dürfen! Ich hätte oben rum gehen... Boah! Ist das euer Ernst?! Oh, das ist nass für ein Huren-Level, Alter! Oh, ja! Scrolling wird 100% sehr hart! Oh, und ich wollte das noch eben schnell machen! Hahaha! Oh Gott! Alter, das wird richtig übel! Uiuiuiuiui! Okay! Nicht berühren! Schnell sein! Okay! Und passt! Wenn ich jetzt das übersehe, lass ich's glaube ich wahrscheinlich... Ich glaube das Level muss ich sowieso öfter machen! Befürchtet, dass ich da gar nicht drum rum komme! Oh, das ist ein richtiges Hardcore-Level! Uiuiuiui! Okay! Erst das abschießen! Dann hier! Oh! Lucky Tuki weg! Oh! Das ist knallhart, sag ich euch! Das wird richtig böse! Abschießen! Wie viel Lucky Tuts? Wollt ihr mich verarschen? Aua! Oh! Scrolling vorbei! Gott sei Dank! Ey! So! Und hier hinten ist da nix mehr oder was? Boah! Könnt ihr euch alle verpissen bitte! Ich glaube denen kein Wort, aber... Ich glaube viel Wahl habe ich nicht! Ahaha! Wusste ich! Wusste ich! Oh mein Gott! Wie klar es mir war! Wie klar es mir war! Hier Lucky Tuts! Hier Mann! Wow ey! Okay! Scrolling Part vorbei! Kann sein, dass ich glaube ich sogar alles erwischt habe! Hier der Schose traue ich da kein Stück! Vielleicht ist das Schlimmste ja geschafft! Das wäre sehr sehr nice! Okay! Das haben wir auch! Immer nur kleine Schritte machen! Nicht dass da irgendwas kommt! Das war nice! Moment mal! Aber da kann ich doch garantiert rein! Oh! Brauche ich da den Lucky Tuts für? Nein! Den wollte ich jetzt eben nicht töten! Ach komm schon! Spiel mir wieder Ping Pong oder was? Komm her jetzt! War doch klar oder? Musste! Wo kommen wir denn hin? Hallo! Okay! Zu ein paar... Stempeln! Passt! Da oben irgendwas! Na, keine Ahnung! Halt! 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 Da oben! Nein! Ich habe es gesehen! Ich habe es gesehen! Oh Bitch! Ich habe es gerade noch! Genau deswegen! Nie sofort durchschießen, Mann! Genau das meine ich! immer die Augen offen halten! Und was macht er jetzt hier? Ah! Schieben! Ah! Moment mal! Zwei Seiten! Nein! Ein Versteck! Hallo! Hallo! Bleibst du mal dahin? Danke! Okay! Halbzeit! Haben alles! Sieht gut aus! Mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist! Hier sind sie mal kulant und verstecken nix! Oh nein! Oh nein! Oh! Sowas gab es auch bei Yoshi's Island! Oh! Ja! Sowas gab es da! Oioioioi! Und es ist so assi! Und ich kenne es nicht! Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll und wo nicht! Oh Junge! Oh Gott! Schnell, schnell, schnell! Oh nein! Deswegen war da ein Speicherpunkt, Alter! Deswegen war da ein Speicherpunkt! Oh! Ach! Ist das! Assi, alter! Uff! 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 Uff, uff, uff. Scheiße. Ich dachte, ich komme da noch rüber. Ja, genau, Welt 2, Level 1 war das. Ach, scheiße. Oh, das wird übel. Das wird übel. Aber das ist hier nochmal um eine ganze Ecke härter, Alter. Aber mal eine ganz andere Ecke, ey. Ich weiß nicht mal, ob da drüben was war, wo ich hinwollte. Oh nein, oh nein. Jetzt habe ich das verkackt. Ich kann es nicht mehr öffnen. Ich kann es nicht mehr öffnen. Ich habe nur einen Versuch. Ich habe nur einen Versuch. Boah, üble Kiste. Hartes Level. Aber ansonsten geht's. Oh, gerade das gekriegt, was ich kriegen wollte. Wenn man die Reihenfolge kennt, geht's. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah. Ich hoffe, ich habe als nichts übersehen. Ja, da kann ja jetzt nichts mehr sein, weil wir haben ja nur eine Chance bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, ob ich was übersehen habe. Genau. So, erst mal ist mir das wichtig. Und wie komme ich da hin? Hä? Ach, vielleicht komme ich da nachher erst hin, hä? Kann er sein, oder? Weil ich habe schon gesehen, dass es da noch irgendwo runterging oder so. Ich vertraue der Schose mal. So, da oben ist auf jeden Fall was. So. 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 Jetzt haben wir hier. Ha! Ne! Wie gemein ist das denn? Oh, wer kann denn sowas ahnen? Oh, wer kann denn sowas ahnen? Ne! Wie gemein ist das denn? Ah, wer kann denn sowas ahnen? Nein! Ach, komm schon! Na klar! Nochmal! Alter, was für eine gemeine Scheiße ist das denn? Zwei so Assi-Türen! Ja, ich werde mich jetzt gleich, glaube ich, einfach sterben lassen, weil ich... Möchte einfach mal behaupten, dass es bisher gerade eigentlich gar nicht so schlecht war, das Level. Ja, okay, man kommt hier dann wieder hin. Okay. Äh, ja, ich muss eh sterben. Boah! Gemeine Scheiße, ey! Richtig übel! Also, hier kommt man auf jeden Fall zum Ende hin. Oh, da muss ich jetzt echt ultra aufpassen, was ich jetzt zerschieße und was nicht, ne? Das war ein sehr geiler Schuss. So, jetzt muss ich aufpassen. So, die Tür passt. Oi! Da immer dieses... Lucky two Massaker, Mann! Oh, ich glaube, ich muss das Level spätestens wegen den... wegen der Energie nochmal machen. Da habe ich jetzt natürlich schon sehr viel fallen lassen. Okay, mehr ist hier nicht. Hier komme ich nicht durch. Ich glaube, das ist der andere Teil der Tür. Wir lassen das mal. Ich glaube, das ist der andere Teil. Jetzt muss ich auch wieder ultra aufpassen, was ich zerschieße. So, die Tür war quasi hier. Ja. Okay, so weit, so gut. Jaja, das war einfach der andere, untere Teil. Das passt schon. Okay. Jetzt muss ich noch gucken. Gucken, gucken, gucken. Es sieht bisher ja nicht schlecht aus. So. Das einzige, was ich noch ein bisschen Stutz gemacht habe, sind die 16 Stempel. Ansonsten passt. Sowas war hier. Aha. So, da ging's. Hier konnte ich nochmal nach oben, falls ich was verkackt habe, nehme ich an. Hier ist nichts mehr. Ja. Dann brauche ich dich. Und hier kann ich auch nochmal zurück, falls ich da was verkackt habe. Aber das glaube ich habe ich nicht. Also. 19. Bitte sag mir, dass da noch einer kommt. Bitte, 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 bitte. Das muss doch hinhauen. Mir fehlt auch noch eine Blume, was mich sehr ärgert. Oh, hoffentlich kommt das jetzt alles noch. Oh. Ja, Stempel passt. Aber die Blume nicht. Fuck. Scheiße. Na gut. Die Blume hat uns gefehlt. Schade. Egal. Wir dürfen mal wieder eine Bolussspiel spielen. Ach, und Leben habe ich auch nicht alle. Naja, das hatte ich ja eh vermutet. Egal. Wir müssen sowieso nochmal rein. Wir müssen in Welt 1 nochmal rein. In Welt, äh, Level 2 auch nochmal. Ach, guck an. Das passt schon alles. Das ist im Übrigen ein richtig gemeines Bonuslevel eigentlich. Da hat man viel zu wenig Zeit für, finde ich. Also es gibt einfache. Aber egal. Da gehen wir nochmal 2.000 dazu. Das passt. So. Von uns zu, das werden wir noch rausfinden, ob der da war. So. Wir kriegen immer einen neuen Yoshi. Oha. Der Lucky to Yoshi. Ja. Es war eine Frage der Zeit, bis der kam. Hallo, ihr Lucky to Yoshi. Und zu diesem werden wir jetzt auch gleich wechseln. Und dann, äh, heißt das auch schon gleich, äh, Welt 4, 3. Oh. Hallöchen. 2, 3, 1 costs experience, EurobegeVER. 儀 including, Schuss, 3, 1. 7, 1, den oder 10, 1, 1. 2, 4.